Also YouTuber sucht. Hey, was geht? Sag mal, was ist das? Dein erster wichtiger Urlaub? Party! Ja, wir sind hier bei Ben in seiner schönen Wohnung. Und ja, wir haben hier die Tasche schon gepackt. Alles, wir müssen jetzt noch einigen warten, weil... Warten! Oh, Junge, Sprachfehler. Weil die wird uns da hinfahren, begleiten, wie auch immer. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Wir sind mal kurz um die Lage. Was geht ab, Cousins, Junge? Gebt euch auf jeden Fall seine Brille, Junge. Bruder, Chucky selbst. Das ist seine Brille. Chucky, woher nehme ich dich auf? Ich brauche erst mal eine Kippipp, Bruder. Geht's dir gut? Bruder, mir geht's. Mein Instagram piepst das nicht raus. Paris unterstrich 0111 bei drei Einsen. Mh, man, man, man. Oh! Junge, 20 Stunden Fahrt. Kein Geld für'n Flug. Nur Geld zum Saufen. Yeah! Bling, bling! Gelb, Alter! Nimm mal ein Bier! Nimm mal ein Bier! Nimm mal ein Bier! Was muss die denn da für machen? Was muss die denn da für machen? Was muss die denn da für machen? Ich muss aber klacken lassen, damit die ein Bier können. Warum hab ich das Bier schon in der Harte? Ja. Wer ist der Problem? Where is your problem, Mann? Where is your problem? Ah! Wir haben nicht mal Drogen genommen. Ich weiß nicht. Da oben ist ein Polizist. Die kommen eigentlich voll sympathisch mit. Ja, ja, fand ich auch. Die haben sich direkt angeschossen. Ey, lieg ihre Action! Hallo! Was geht's? Sind wir jetzt hier? Wo sind wir, Ben? Fortaventura. Ey, was willst du noch mal grad essen? Hast du was noch in der Hand? Junge, bist du behindert, Alter? Boah, Leute, seit 2013 keinen satt Strand mehr gesehen. Drogen. Boah, Leute... Geil! 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 Ben, letztes Wort! Hm? Letztes Wort! Letztes Wort! Ich hab was für dich in dir. Dankeschön. Wir sind angekommen, endlich, Alter. Was geht? Excuse me, ich hab... Ey, Ben, Ben, Ben. Guck mal Ben an. Der ist angekommen. Ey, bitte, bitte, guck mal, diese Kulisse. Boah, Bruder, Alter. Geil. Ey. Bruder, was willst du sagen? Abwärtig. Davon. Ihr habt's geschafft. Ich weiß. Ist du da? Auf Holz? Jetzt fliegt der. Flieg, kleiner Mann, flieg. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha. Sie hat recht. Ah, ah, ah. Du musst gleich nochmal dahin. Du musst... Oh, oh, wow. Vielleicht doch? Nein, du musst dich nicht helfen, wir gehen jetzt an den Streifen, Alter. Nein, ich muss doch noch mal kurz zu, Mensch. Halt die F***! Schampanier, fresse! Ich werde dich nicht zu viel bewegen. Ey, Bruder, unser Bett, ja? Perfekt. Oh, was eine geile Krachbar. Ja, für den Fuffi. Fuffi, bitte ich dabei. Aber ey, diese Scheibe war vorher schon kaputt, ne? Nein, wirklich. Ich glaube nicht. Nein, 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 für die Kamera. Statement. Statement für Statement. Für alles. Crazy. Ich schwöre crazy, ja? Aber eigentlich... Ey, amigo, por favor. Du mal. Statement zu diesem Urlaubding, ne? Du weißt genau, was du hören willst. Nein, ich frag dich ja. Kein Alkohol für Minderjährige. Du hast doch gesehen, die vertragen das alle nicht. Eileen, ich bin dir bestimmt. Ich schwöre, ich halte die Finger. Ich fasse keine Lady an, mein Gott. Die einen hat dicken Erschung. Jetzt fragen sich alle, wer, wer, wer meint der? Oh, da sind die Wuppern groß. Bist du nicht? Bist du behindert? Guck mal, wie schön das aussieht. Guck dir, wie schön das aussieht. Und die Wuppe ist einfach Dreck. Da gehen die Pennerbarten. Und dann... Bist du dich euphorisiert? Voll. Mega, ne? Warte, lass mir einmal was sagen. Hört mir mal zu. Hört mir mal zu. Ben, geh mal kippen. Hört sie. Gaso, 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 Gaso. Gaso, Gasolido. Gasolido. Hört ihr so? Aaaaaahhhh! Ei, wie ist das nur? Oh mein Gott! Das geht. Das geht. Coker! Ich versuche. Ey, das ist mein Geld. Schwel, was ist beiniget? Das ist der ... ... ... ... Oh, Penny! Nicht so fest! Oh, schon vorbei? Fick das alle! Ah! Ich blöde, ich kann nicht mehr. No. Papa, Mama, es tut mir leid. Ich bleibe in den Täuschung. Das ist ein Loch hinten drin. Du hast ein Loch hinten drin. Du hast ein Loch hinten drin. Du hast ein Loch hinten drin. Und da vorne auch noch. Und da vorne auch noch. Nein! Hey, Ben! Morgen hab ich mal den Rundetag. Dann hat ihr einmal ... Ah! Ich bin der Rundetag. Ich bin der Rundetag. Ich bin der Rundetag. Passte! Passte! Hey, Julia, du hast gestern jemanden abgeschleppt. Erzähl mal. Warst du? Nein, ich hab keinen abgeschleppt. Alles gut, ich kann alles rausschneiden, Bruder. Ey, Eileen. Ich war nur ein bisschen am Dancen. Ey, Junge, jedes Mal, wenn es die Kamera läuft, der sagt immer Eileen. Ey, Eileen, achte. Ey, Eileen. Excuse me. Ey, ich sag ehrlich. Ey, oh mein Gott, Alter. Ich weiß nicht, zu wen ich hier gerade rede, aber ey, bitte, ich stehe hier auf und das ist einfach das Leben. Alter, Bruder, ich komme nicht mehr auf mein Leben, ich sag dir ehrlich. Ich schwöre. Das ist einfach geil, Mann. Aber ich hab gar keinen Bock, am Pool zu gehen, Bruder. Wir haben zwei Minuten von jetzt. Ja, hä? Wir gehen frühstücken dann am Strand, oder nicht? Bruder, ich hab flitzig, kack. Ich merke das jetzt schon. Ehrlich, jetzt schon? Ja. Jägermeister! Gut Schott. Gut Schott. Gut Schott. Bacardi, sogar Bacardi, Alter. Bacardi, Hidron. Gut Schott. Was? Bacardi? 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 Hold on. I take that. Seine Weisheiten. Junge, ich sag dir, Benzinpreise normalerweise, ne? 1,45, 1,46. Guck dir mal hier an. Schau dir mal rüber. Junge Papa, ich sag. Also das wollte ich noch so beitragen. Und weißt du, warum die so günstig hier sind? Warum, Bruder? Guck mal genau in die Kamera. Da ist irgendeine Perle, die dich sieht, die dich nice findet. Ach, labernisse. Und dann fragt die, ey, unter dem Video schreibt ihr dann, ey, sag mal bitte, wie der heißt. Aber findet ihr nicht süß so ein bisschen? Zeig mal deine Rose. Oh, ey, das ist eine andere Geschichte. Was ist eine schöne Blume? Oh, wo ist ein Bruder, ey? Okay, das lassen wir dann da. Was ist dein Typ Frau? Typ Frau, ich sag dir ehrlich, so ganz haarige Arme, so ein bisschen so, weißt du, so wenn die so ein bisschen so muskulöse Statur haben, ne? Machst du jetzt Spaß oder Ernst? Nein, ich will nicht Spaß. Ja, mach mal Ernst, mach mal Ernst. Typ Frau, braune Haare, brünett, so schlankmäßig, ne? Trainiert, ein bisschen so diese Filme, weißt du, was ich meine? Und dann so am besten so helle Augen, so blaue Augen, ey, Baba, ey, Baba, ey, Baba, blaue Augen, blaue Augen, grüne Augen, ey, Baba, ey, Baba, ey, Baba, Typ. Ich hab mit Leuten Spanisch geredet, die haben mich besser verstanden, als ich bin selber. Ey, jetzt reden wir Spanisch. Ey, Moloko, Gringo, por favor. Que pasa, que pasa, que tal? Mi amigo. Hola, mi gente. Hola, gente. Was war das denn? Das war Italienisch. Ich bin hier mal versprochen. Nein. Brate, was geht, alle? Kommt mal nach Calais, alle, voila. Fertig, alle. Sieh der Rusen, ey, sieh der Rusen, Bruder. Einfach nur so. Äh, heißt du, heißt du, Moloko, äh, heißt du, Moloko. Hallo. Eieieiei, das war nur, ey, aus Reflex. Darf ich das verwenden? Hola, guck mal, ist das. Oh nein, oh mein Gott, hier. Als Rekliver kostet noch mal diese Narbe. Was machst du denn? Ja, weißt du mittlerweile, was im Dach vorne ist? Hey, Nico. Nein! Nein! Ciao. Oh nein. Das ist so schön! Musik Meine Stimme ist einfach weg. Ich kann nicht was machen. Jetzt krieg ich einen. Jetzt sind wir 226 in 2 Stunden. Julia, ich schwöre, alle denken, du bist so eine Kraftbahn. Wegen uns aber. Ich musste denen gerade erklären. 10 Euro. Ich habe mein Schlüssel vergessen. Ich kann nicht mehr lachen. Die Stimme ist weg. Ich musste diesen einen erkennen, der tanzt extrem. Dein Kopf auf den Boden und dein Arsch mal in der Luft. Das ist das, warum die mich Kachbe-Julie nennen. Weil ich so aussehe und so tanze. Aber dann habe ich mir erklärt. Was sag ich jetzt? Dass ich nicht so bin und dann habe ich ihm gesagt, dass ich vor 2 Monaten erst mal erst mal hatte und so was. Klipp ich schon raus. Guck, guck hier. Das ist sein bester Freund schon. Wo ist Ben? Da, wo? Dieser Ehremann, der hat einfach diese ganze Flasche da drin gelassen. Für einen ganzen Tag. Aber wir dürfen nicht mit uns Hotel nehmen, ne? Wir haben keine Tasche dabei. Ah, Salurigo. Easy. Grandi. Warum blieb ich hier? Weil, weil ich so ein Hund sehe. Oh, mein Papi ist so süß. Amigo. Hey, Tornado. Tornado, Thomas. Aber ey, ist mal müde. Tornado, guck mal. Wen würdest du jetzt zur Hölle machen? Dem Yassimelches Leben zur Hölle machen. Ich schwöre, aber die ist so hässlich, ne? Enrico ist der Beste. Ey, du willst dich schleimen. Doch, wir schleimen echt leider. Bläso, in meinem Arschloch. Enrico ist der Beste. Hallo, Tiziaji. So, wir sind hier in Lorette-Mal. Wie Kachbi. Das stimmt gar nicht. Ich bin versprochen. Ich bin hier mit dem Enrico. Den habe ich bei der Busfahrt kennengelernt. Jetzt hab ich mal alleine mit der Kamera. Den habe ich an der Busfahrt kennengelernt. Wir sind alle total crazy. Und, ähm, ich mache jetzt einen Vlog für euch. Und, ähm, ja. Wir sind hier gerade in Lorette. So. Und ich komme mir grad irgendwie dumm vor, aber es ist egal. Und, ähm, ich habe heute schon vier Liter Wodka intus. Michael! Und, ähm, ja, ihr zeigt euch jetzt mal ein bisschen so die Gegend, so. Und der Enrico, der geht hier heute richtig ab. Ne? Enrico, geht weiter ab. Ich schwöre, ich bin gar nicht besoffen, ich schwöre. Ich schon. Ich habe schon vier Liter Wodka. Hehehehe. Also, auf jeden Fall sieht mein Gesicht aus wie ein Halbmond. Hallo? Nein, nein, nein. Wie eine F***. Nein, nein, nein. Ohne Spaß. Wie eine F***. Enrico ist der Beste. Ey, bis später. Ey, wieder. Comprendendo? Warte. Hallo, du machst dich kaputt. Ich hab ja leider rum. Ahhhh! Es war besser, por favoros. Unuroso. Unuroso. Bist du YouTuber? Nein, meine Mutter. Nein, nein. Nein, nein. Ich hab ja leider rum. Unuroso. 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 Nein, nein, nein! Nein, nein, nein!